herzlich willkommen zu einem neuen video bei colors of entertainment heute geht es um den wunderschönen hitchcock klassiker berüchtigt auch genannt weißes gift von alfred hitchcock wie gesagt notorious im original mit ingrid bergmann und carrie grant eine absolut tolle spionage geschichte im zweiten weltkrieg ja was mit der veröffentlichung auf sich hat das wird ich euch gleich mal zeigen zwar werden erstmal die folie entfernt das geht auch mal sehr schön leicht hier wie gesagt alles dicker wie immer außen angebracht kein gewühl auf dem cover selbst nix ist da irgendwie rück keine rückstände von klebern oder gar nichts wunderschön und das cover hier ist ultra stimmig sehr schön die farbe ist der wahnsinn ja ist jetzt ja selber berüchtigt weißes gift sehr schön angebracht auch schön in deutsch keine extra schriftzüge keine 1000 namen keine logos einfach nur so das ist richtig cool finde ich und ja da fehlt mir auch noch meine hitchcock sammlung mich ganz gespannt darauf den mal wieder zu sehen und hier haben wir die seite mit berüchtigt dem schriftzug und wie gesagt üblich ja mit dem entertainment logo dem mediex logo und dem jeweiligen cover wenn es scharf wird hier haben wir es jetzt mal ja sehr schön genau das zieht sich dann hier wieder durch diese farbgebung hier mit ingrid bergmann wunderschöner film hier mit cary grant super fotografiert auch eine kleine nebenrolle auch von claude raines und die haben wir dann die die limitierungsnummer mit 999 stück bei einem cover und 213 ist meine nummer wie ihr sehen könnt sehr schön geworden und hier haben wir als besonderheit der film wer das jetzt ein bisschen auskennt es geht um eine spionage geschichte auch mit nazis und in der original kinofassung hat man die ausgetauscht gegen drogenhändler und hier haben wir aber beide synchronisationen drauf das heißt wir können den film originalgetreu gucken aber auch in der kinofassung in der deutschen kinofassung die damals ein bisschen verfremdet worte um uns nicht so sehr ans bein zu pissen sag ich mal später hat man das in der fernsehsynchro bereinigt hier haben wir alle titel wo ihr auf diesem kanal nach und nach alle titel vorgestellt kriegt hier könnt ihr folgen ja das übliche und wenn ihr was lesen wollt drückt auf stopp kommen wir zu den innereien hier haben wir eine schöne disks hier von mediex mit dem schönen cover noch mal die blu ray und die haben die dvd mit dem selben bild und hier haben wir das ist aber schön aus gary grant ingrid bergmann hier schön nebeneinander hier auch in drin und wir wie ich euch schon gesagt habe diese farbe hier wie gesagt heißt er deswegen auch colors of entertainment zieht sich dann durch das release ja jede menge bilder aus dem film klett von micah blankenburg sehr schön durch gesignt hier sehr schöne bilder für film fans ist auch interessant der film hatte bis zum damaligen zeitpunkt als er gedreht wurde die längste kamerafahrt aller zeiten und den längsten filmkurs bis dato da hat hitchcock einen schönen rekord vorgegeben der dann hoffentlich mehrfach gebrochen wurde ja wie gesagt sehr schön eingearbeitet hier auch immer über zwei seiten das ist sehr schön gemacht finde ich und das ist dieser blau mit dem schwarz weiß es gibt einen richtig schönen kontrast also jetzt ich das so das erste mal sehe das hier funktioniert super ist das ein schönes bild wer willst du nicht dazu legen ja auch einen hohen textanteil wie ihr sehen könnt und ja dann haben wir am ende noch dieses schöne schlussbild und ja also fabelhaftes release also da kann ich mich nicht beschweren mal die dvd zurück und für hitchcock fans sowieso ihr wisst hitch ist der meister ihr könnt eigentlich bei fast also ich habe jetzt noch keinen hitchcock film gesehen wo ich gesagt habe naja also die waren immer auf ihre art irgendwie speziell grandios inszeniert und mit mit voller geiler ideen und da machte weißes gift auch keine ausnahme sehr frühe hitchcock da könnt ihr auch mal sehen wie er sich entwickelt hat wo man schon bildsprache gesehen hat die später wieder gekommen ist ja hier tolles bild tolles tolle ausschnitte auch und ja sehr zufrieden mit diesem release das ist ja wirklich wunder wunderschön und der landet heute auf jeden fall im player den gucke ich mir gleich an und zwar in der fernsehsynchro denn ich hätte es gern originalgetreuer was so den inhalt angeht genau vielen dank fürs zuschauen ein schönes leben geht ins kino und schreibt mir was ihr von dem film haltet macht's gut und 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 und